Hallo, in diesem Video möchte ich meine Erfahrung mit dem Erstellen von E-Books teilen, ganz im Speziellen E-Book-Erstellung für Kindle, für den Amazon Kindle. Ich werde auch zeigen, wie ich das, so die Sachen, die ich benutzt habe. Für alle Leute, die lieber lesen und auch Englisch können, habe ich hier mal die textuelle Version geschrieben. Ich war jetzt zu faul, das alles zu übersetzen, weil ich normal alles in Englisch rausgebe. Ich werde das mal ein bisschen runterscrollen. Vielleicht vorweg einfach erstmal, es gibt den sogenannten Kindle Creator, da kann man eine .docx, also eine Word-Datei reinmachen und der gibt einem dann ein E-Book raus. Ich benutze Calibre, ich benutze das nicht von Amazon. Warum? Wenn das von Amazon funktioniert für euch, wenn der das rausgibt, was ihr wollt, dann ist das schön. Das Problem für mich war, das Format, was er rausgegeben hat, der hat es falsch konvertiert. Und man hängt dann da. Also man kann da nichts ändern. Du kannst nur OK drücken und weiter und sonst nichts. Du kannst keine Feintuning-Sachen machen. Deswegen bin ich auf Calibre umgestiegen. Da gab es dann aber wieder so ein paar andere Schwierigkeiten und die versuche ich jetzt in diesem Video mal zu klären, damit vielleicht nicht alle denselben Aufwand haben. Okay, vorweg. Es gibt ein paar Sachen, zwei Sachen, die ich nicht hingekriegt habe. Und zwar ist das zum einen das automatische Nummerieren von Überschriften. Hier, wir springen mal kurz in ein Buch, was ich gerade am Bearbeiten bin. Wir haben hier dieses 212, diese automatische Nummerierung. Und ich habe es entweder hingekriegt, dass da 212 im Inhaltsverzeichnis steht oder nur Understanding Start States. Aber niemals habe ich es hingekriegt, dass beides geht. Meine Lösung war dann, dass ich den Anfang hier einfach per Hand geschrieben habe. Also ihr seht, das wird gar nicht so dunkelgrau. Das ist per Hand geschrieben. Wenn sich jetzt meine Nummerierung ändert, dann ist das ein Riesenaufwand. Wenn also irgendjemand weiß, wie man das behebt, dann bitte in die Kommentare. Ich wäre sehr dankbar. Und das zweite Problem ist das Titelbild. Wenn man auf dem Kindle diese Rasteransicht macht, sodass man eigentlich das Titelbild sehen sollte, dann wird das nicht angezeigt, wenn ich es mit Kalibre konvertiere und auf mein Kindle schiebe. Anscheinend laut mobilered.com könnte das ein Problem von Amazon selbst sein. Die zwingen einen quasi. Das muss ich mich so formulieren. Wenn man das Buch über Amazon kaufen würde, dann würde das Cover eventuell angezeigt werden. Dazu kann ich nichts sagen, weil ich das Buch noch nicht, oder ich kann es sowieso nicht veröffentlichen, was ich hier am Bearbeiten bin. So, aber das alles vorweg gesagt. Jetzt kommen wir mal zum Arbeiten. Hier ist das Buch, was wir bearbeiten werden. Das ist nicht mein Buch. Ich sage es vorweg. Ich bin nicht Chris Verberg. Aber das Buch ist ziemlich cool. Kann ich nur empfehlen. Jedenfalls, wir markieren das Buch. Wir gehen auf Konvertieren. Wir stellen erstmal auf AZW3 ein. Und dann ist das Erste, was wir machen wollen, den Table of Content. Und zwar scrollen wir hier ein bisschen runter. Scrollen wir hier ein bisschen runter. Und wir geben hier überall diesen Kram hier rein. Als kleine Erklärung, was der macht. Der sagt, wir müssen dem Programm irgendwie sagen, was ist denn jetzt das Level 1 oder Level 2 oder Level 3 von dem Inhaltsverzeichnis. Und wir sagen ihm mit //hdoppelpunkt suche nach dem Tag h3. Für jeden, der HTML kann, dem wird klar sein, was das zu bedeuten hat. Für jeden, der kein HTML kann, dem braucht das eigentlich egal zu sein. Und dann am besten noch hier Feintune machen, um die Levelanzahl zu kontrollieren später. Das ist dann wichtig. Zumindest mein Kindle zeigt keine Level über Level 2 an im Inhaltsverzeichnis. Also wenn ich ein Kapitel 2.3.4 habe, dann würde das nicht im Inhaltsverzeichnis landen. Und wenn wir aber hier das machen, dann können wir nachher noch Feintunen. Aber das sehen wir dann. Okay. Als nächstes wollen wir unsere Fußnoten korrigieren. Es steht hier schon drin, hier steht schon die Antwort. Was wir hier reinmachen wollen, ist oben das hier und unten das hier. Und dann klicken wir auf Add. Und dann steht das hier so drin. Hier kurz die Erklärung, was macht das? Das Problem ist, aus irgendeinem Grund macht Kalibre, da scheint ein Fehler rein und macht hier zwischen die 14. Also so sieht das aus, wenn ihr eine Fußnote habt, Fußnote 14. Und irgendwie macht hier Kalibre einen Zeilenumbruch rein. Und dieser Zeilenumbruch wirkt sich auch auf den Kindle aus, sodass das ziemlich dümmlich aussieht, wenn ihr dann einfach diese zuene Klammer dann einfach in der nächsten Zeile habt. Ich sollte es einfach nicht so oft benutzen. Und was dieses Suchen und Ersetzen hier einfach macht, ist, sucht nach dem Ding mit der Zeile, mit dem Zeilenumbruch und ersetzt es durch ohne Zeilenumbruch. So, und dann sind wir auch soweit schon fertig. Ihr habt natürlich hoffentlich die Metadaten alle selber gesetzt. Das Cover könnt ihr auch alles selber setzen. Und dann klickt ihr auf OK und wartet einfach, bis es fertig ist. So, dann ist das Ganze fertig gelaufen. Und jetzt könnt ihr hier so ein bisschen im Inhaltsverzeichnis rumtweaken. Jetzt könnt ihr das auch nochmal sehen, was ich eben gemeint habe. Wir haben hier Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 2.1, Kapitel 2.1.1. Und alle diese Kapitel hier, die würden einfach im Inhaltsverzeichnis, zumindest auf meinem Kindle, nicht angezeigt werden. Und das ist ziemlich blöd. Und was wir deswegen hier an dieser Stelle machen können, ist, wir können das hier auswählen und sagen, flatten this entry. Und dann ist das halt im Inhaltsverzeichnis nicht so ein Unterding, sondern dann ist das flach. Wie soll man das anders sagen? Und dann haben wir nämlich hier künstlich quasi nur zwei Level, die wir hier stehen haben. Und das gleiche können wir auch nochmal hier mit dem Kapitel 2 machen. Vielleicht als Anmerkung auch, wenn ihr den Kindle Creator benutzt, dann macht der das Ganze automatisch. Und zwar bis zum Ende. Dann würde sogar noch den hier komplett so machen. Das heißt, wenn dann irgendjemand durchs Inhaltsverzeichnis geht, dann würde der eine ganze Menge weiter runterscrollen müssen, bis er endlich mal am Ende ist. Was ich ein bisschen komisch finde von jemandem, der seine Software selber macht. Hallo, Amazon. Macht mal ein bisschen bessere Arbeit. Okay, wenn ihr das eingestellt habt, dann klickt ihr auf OK, wartet und alles ist fertig. Fragen, Anmerkungen, wie immer in die Kommentare. Guckt auf jeden Fall in die Videobeschreibung. Ich werde da Updates reinschreiben, wenn ich irgendwas Neues erfahre. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Ich hoffe, ihr umgeht damit ein paar Stunden, die ich hier meinen Kopf an Bildschirm geschlagen habe. In diesem Sinne, viel Spaß beim E-Book erstellen.